Wir sammeln weiter Erfahrungen im Obsidian-Grasland, sollten aber wohl nicht mehr schwimmen. Und äh, ich bin hier schon richtig, oder? Da vorne schläft wieder ein Scheinux. Ich möchte sicher gehen, dass das jetzt auch wirklich stimmt, dass man diese Pokémon, wenn sie schlafen, nicht fangen kann. Was aber für mich absolut gar keinen Sinn ergibt. Es sind mir ja sogar angezeigt, drei Pfeile. Okay, es geht doch. Ich weiß nicht, was da vorhin bei dem Wumpel schiefgelaufen ist. Für mich sah es so aus, als wäre der Pokéball an ihm abgeprallt. Aber gut. Besser so. Was mache ich jetzt wegen dem Pichu? Kommt das nochmal wieder? Mist. Also ich brauche auf jeden Fall einige Wumpel, deswegen fange ich die hier gerade. Wie blöd. Sollte jetzt aber auch mal abchecken. Achso, ne, besiegt haben wir sie noch nicht, ne? Wir sollten auf jeden Fall noch mindestens eins besiegen. Und dann check ich mal den Pokédex-Eintrag. Was dafür noch notwendig ist. Wünscht, Stoß, Attacke! Also auf alle Fälle, was ich schon mal sagen kann. Ich finde es gut, dass das Pokémon Fangen und Kämpfen so nahtlos funktioniert. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum ich mich noch im Kampf bewegen kann. Also vielleicht kommt da später noch ein Feature. Momentan ist es unnötig. Aber dieses Nahtlose gefällt mir sehr und würde ich auch wirklich gerne in Zukunft bei den neuen Pokémon-Spielen übernommen haben. Oh, man kann auch im Kampf überrumpeln, wenn man die Pokémon von hinten angreift. Scheint so, als hätte ich dann garantiert den ersten Zug, oder was? Ach, okay, krass. Hm, hm? Eins besiegen noch auf jeden Fall. Dann haben wir drei von drei. Aber was ist das mit dem Pisho? Ich frage mich, wenn ich mich genug entferne, kommt das dann wieder? Da vorne liegt was. Was ist das? Es ist Holz. Okay. Ja, was nicht so geil ist, ist natürlich, dass die Welt wirklich nicht schön aussieht. Es auch ziemlich leer wirkt. Die Pokémon spawnen eigentlich erst vor meinen Augen. Gibt hier und da noch Grafikfehler und übelste Pop-Ins. Also man sieht immer, wie irgendwas nachlädt. Und das darf halt eigentlich nicht sein. Das ist sehr, sehr traurig. Leichte Exemplare gefangen. Exemplare gefangen, unentdeckt zu werden. Er will es mich verarschen? Null? Du willst mir also sagen, ich wurde von den Pokémon, die geschlafen haben, gesehen. Bro, dein Ernst? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Vor allem, weil der Ball jetzt wieder an ihm abgeprallt ist. Ja, was denn nun? Kann ich schlafende Pokémon fangen? Ja oder nein? Bei einem hat es doch funktioniert. Und das hat mich auch garantiert nicht gesehen. Hä? Luder Rodefläche. Hier sind ziemlich viele Scheinux. Was muss ich denn bei denen noch machen? Mit der Tacke vom Typ Boden besägt? Ja, haben wir nicht. Äh, puh. Also höchstens noch eins fangen. Dann haben wir nämlich drei. Oh! Hör auf! Jetzt kommt er mir mit seinem Donnerschock. Glaubst du ja nicht. Ich werde den schwächen und dann fangen, würde ich sagen. Moment, kämpfe ich jetzt gegen beide? Weil ich sehe halt seine KP-Anzeige. Im Ernst jetzt? Der kommt auch immer näher. Nein, tatsächlich. Ich kämpfe gegen beide. Medica. Das ist Betrug. Zwei gegen einer ist unfair. Was fällt euch denn ein? Ich glaube, es hakt. Ja gut, dann mach mal so. Das eine kille ich, das andere fange ich. Wenn ich es schaffe. Aber wie gesagt, zu zweit ist es schon sehr unfair. Warte, den fangen wir jetzt. Das sollte funktionieren. Komm schon. Gut. Ich mag diese antiken Pokébälle übrigens. Also, die sind cool. Auch wieder der Rauch aufsteigt. Das hat was richtig Antikes. Das Design finde ich sehr stark. Ey, die haben schon zwei meiner Pokémon gekillt. Auf einmal eskaliert das Spiel. Was liegt denn da hinten noch? Ich habe da gerade was gesehen. Ist das eine Beere oder ein Kraut? Gucken wir uns gleich an. Jetzt erstmal das dritte Petitza in den Tod schicken. Weil ich glaube, das schafft er nicht. Oder? Wenn sich Scheinungsweiter dämlich umschaut, dann schon. Oh, der Walzer war stark. Okay. So, jetzt haben wir gefangen. Drei von drei. Und... Otaru hat eine neue Attacke gelernt. Ich schaue gleich. Generell sollte ich mal schauen, was das für Items alles sind. Vitalknospe. Diese Knospe wird zur Herstellung von Items genutzt, die kampfunfähige Pokémon wiederbeleben. Sie ist auch als Morgentau-Knospe bekannt. Die ist sehr nice. Immer noch zum Verkauf. Und Holz. Mit diesem äußerst nützlichen Material kann man alles mögliche herstellen. Von Alltagswaren bis hin zu Kunstgegenständen. Ja gut. Hier sind noch zwei Lauche. Aber es überrascht mich ehrlich gesagt, dass hier keine Pokémon mehr nachspawnen. Naja, vielleicht weil wir immer noch im Tutorial sind? Ja, das kann sein. Das kann sein, Leute. 500 Erfahrungspunkte brauche ich für Forschungslevel 1, oder? Habe ich das richtig verstanden? Bringt mir das noch was, Pettiza zu fangen? Eigentlich nur, wenn sie schwer sind. Das kann ich nicht sehen. Das ist ein Wert, den man nicht sehen kann. Also, bevor man das gefangen hat. Deine Pokémon können glitzernde Kristalle für dich zertrimmern. So gelangst du an Glanzsteine, die du für die Herstellung von Pokébellen benötigst. Ja, habe ich auch schon rausgefunden. Oh, da vorne ist ein Bambelin. Wenn wir schon das Pichu versaut haben, dann holen wir uns links. Das ist ein Bambelin. Komm. Das muss drin sein jetzt. Der setzt sich ja sogar hin. Also, einfacher kann er mir das nicht machen. Come on. Yes. Vor allem auch direkt ohne erkannt zu werden. Das ist natürlich nice. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man immer wechselt zwischen Pokéball werfen und eigenes Pokémon entsenden. Aber es wird mir bestimmt auch das ein oder andere mal passieren, dass ich es vertausche in einer Situation, wo es absolut nicht vorteilhaft ist. Habe ich genug Wampel? Was ist das da vorne, was da so komisch aussieht? Achso, die Blumen. Ähm, nee, wir haben ja, stimmt, wir haben immer noch keins gefangen, ohne entdeckt zu werden, auch wenn ich der Meinung bin, dass das nicht stimmt. Und auch jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es, nee, oder? Es ist leicht! Okay, glücklicher Zufall. Und, ja, das, das hat mich jetzt auch offiziell nicht gesehen. Ich sage, wir haben eigentlich schon drei gefangen, ohne entdeckt zu werden, aber gut. In dieser Gegend gibt es ein Pokémon namens Barmelin. Ja, habe ich schon gefangen. Genau wie Scheinungs hat es eine aggressive Veranlagung und greift sofort an. Sei auf der Hut. Wenn du es fangen willst, musst du gegen es kämpfen. Schaden erleiden und Notlagen. Wenn du zu viel Schaden erleidest, färbt sich der Rand des Bildschirms rot, um dir mitzuteilen, dass du dich in einer Notlage befindest. Mit der Zeit erholst du dich automatisch aber nur, wenn es kein wildes Pokémon mehr auf dich abgesehen hat. Wenn du in einer Notlage bei rotem Bildschirmrand noch mehr Schaden erleidest, wird dir schwarz vor Augen. Das ist voll krass, wir können einfach sterben. Übrigens gibt es eine Pokédex-Aufgabe, für die man es dabei beobachten muss, wie es eine bestimmte Attacke einsetzt. Das bedeutet, dass du diese Attacke im Kampf sehen musst. Kämpfen ist hier also doppelt wichtig. Erledige ein paar von den Bammelins und hake die Aufgaben ab. Komm dann zu mir, okay? Okay, wenn du das sagst. Wen nehmen wir denn da? Ich glaube, ich gehe mit Otteru in den Kampf. Habe ich zwar nichts sehr Effektives, aber... Ah ja, gut, er ist auf Level 2. Hätte ich das gewusst, wäre ich gleich... Ich bin gleich auf Scheinux gegangen. Ich dachte mir nur, Scheinux schafft das vielleicht nicht ganz. Aber dann gönnen wir uns eben den Wechsel. Trotzdem viel Schaden für Level 2. Also... War meine Skepsis nicht verkehrt. Als ob der jetzt wirklich noch lebt. Aber eigentlich auch ein Vorteil, weil dann kann ich den gleich fangen. An sich wollte ich es besiegen, aber hey, wenn er mir schon so ein Angebot macht. Wird es gefangen. Ganz einfach. Es würde mich echt interessieren, wie viele Punkte ich habe. Es steht halt immer noch 0. Allerdings auch nicht berichtet. Das heißt... Diese Endabrechnung gibt es erst am Ende. Beim Professor Hilt wahrscheinlich. Ähnlich wie in New Pokémon Snap. So, das besiegen wir jetzt aber. Die sind sehr aufmerksam. Ich war jetzt gar nicht so laut. Ich glaube, ich weiß auch, welche Attacke ich sehen soll. Wasserdüsel. Und dummerweise nutzt er die ganze Zeit Druck zu kippen. Aber es war sogar eine Aufgabe, es mit einem Elektro-Type anzugreifen oder gar zu besiegen. Besiegen, glaube ich, war es. Ja, an sich ist das mit den Pokédex-Aufgaben schon ganz cool. Aber ich glaube, manche sind wirklich zeitaufwendig und können auch auf den Sack gehen. Aber das werden wir ja vorwiegend in Streams machen. Ich erinnere nochmal. Können wir einen von denen noch unentdeckt fangen, bitte? Na komm, dreh dich um. Ich glaube, die kommunizieren mit anderen Pokémon da drüben. Das ist ja cool. Oh shit. Jetzt haben wir wieder einen Doppelkampf, oder? Ja, tatsächlich. Dann zeigt mal, was ihr könnt. Und du? Komm gar nicht zum Angriff. Tja, Pech gehabt. Aber ich gehe mal kurz zur Rü... Warte, kann ich den Fluss überqueren? Ja. Oder auch nicht. Was? Yo, das hat mich einfach fast gekillt. Ja, dich freut das, ne? Du Drecksack. Wow, da ist sogar die Weiterentwicklung da oben. Ohohohohohoho. Okay, ich glaube, von da sollte ich mich fernhalten. Das ist nicht so ganz meine Kragenweite für jetzt. Ja, wie groß ist denn das eigentlich? Oha, okay. Also man kann schon sagen, die Gebiete sind tatsächlich relativ groß. Weil wir sind jetzt schon ein ganzes Stück gelaufen, haben einige Pokémon gefangen und trotzdem erst so wenig von diesem Gebiet gesehen. Also dafür Daumen hoch. Würde ich jetzt mal sagen. Es ärgert mich gerade, dass ich keinen Wammeli mehr finde, weil ich hätte gerne die Aufgabe überprüft. Aber das kann ich ja eigentlich auch so machen. Es ist halt dann nicht so schnell aufrufbar, aber es geht. Ja, Wasserdüse muss es einsetzen. Ich hatte recht. Hat es aber leider nicht... Ich glaube, von dem sollte ich mich fernhalten. Vor allem, das hat rote Augen. Das heißt, es ist eins dieser sogenannten Elite-Pokémon. Die sind völlig overpowered. Und wurden durch irgendetwas beeinflusst. So viel wissen wir aus den Trailern. Da es im Spiel noch nicht erklärt wurde... Gibt es gleich zwei Gründe, sich zurückzuziehen. Aber schon mal gut zu wissen. An dieser Stelle ist ein Galopper. Ja gut, macht auch Sinn, wenn das die Hufeisenwiesen sind. Ja, cool. Ich habe mich sehr krass von meinem Tutorial-Partner entfernt. Tut mir leid. Aber tatsächlich hat das Erkunden hier Spaß gemacht. Und ich möchte halt gerne mehr sehen. Das kann man doch verstehen, oder nicht? Was müssen wir bei ihm noch machen? Eins besiegen könnten wir. Dann haben wir zwei besiegt und haben diesen einen Stempel. Friss den Donnerschock. Entspannt. Ich gehe jetzt auch schon so weiter. So richtig arrogant. Schenke ihm gar keine Aufmerksamkeit mehr. Scheinups. Bin auch direkt sauer. Ja, wo ist denn der Tutorial-Dude? Gut. Da. Vielleicht können wir noch im Vorbeigehen so das ein oder andere Pokémon fangen. Auf Wampel habe ich halt immer noch abgesehen wegen der Side-Quest. Also da würde ich schon ganz gerne den Pokédex-Eintrag vollständigt bekommen. Ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht... Oh, ist wieder ein leichtes. Sehr geil. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Aufgaben erfüllt sein müssen, damit es als abgeschlossen gilt. Das wäre ein bisschen zu crazy. Ich habe das Gefühl, das wird auch vorher schon klappen. Und du hast halt einfach nur viele verschiedene Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen. Für jemanden, der plötzlich einfach vom Himmel gefallen kam, legst du dich wirklich ins Zeug. Deswegen möchte ich dir als Zeichen meiner Anerkennung diese Handwerkskiste schenken. Warte, kann ich damit jetzt immer, wann ich will, was herstellen? Das wäre nice. Mit diesem Werkzeug-Satz kannst du Items auch an Orten herstellen, an denen es keine Werkbank gibt. Dies geht aber nur mit Materialien aus deiner Tasche. Ja, geil. Wenn du in deiner Tasche unter Basis-Items die Handwerkskiste auswählst, kannst du Items herstellen, wo auch immer du willst. Dabei kannst du allerdings nur auf die Materialien in deiner Tasche zugreifen und nicht mehr Items herstellen, als in deiner Tasche Platz haben. Und hier hast du noch die Anleitung zur Herstellung von Tränken. Cool. Eine Zinnelbeere und eine Stange Fitlauch. Mhm. Die Handwerkskiste erlaubt es dir, aus den Materialien in deiner Tasche Items herzustellen, egal wo du gerade bist. Solange du Aprikokus und Glanzsteine hast, kannst du zum Beispiel jederzeit Pokébälle anfertigen. Und aus Zinnelbeeren und Fitlauch kannst du Tränke herstellen, die deine Pokémon wieder fit machen. Kommst du mit deinen Pokédex-Aufgaben voran? Bin mir nicht sicher. In der Übersicht deines Pokédex kannst du sehen, ob es erledigte Aufgaben gibt, über die du noch nicht Bericht erstattet hast. Ach, das könnte das vielleicht bedeuten, dieses Pfeil nach oben. Aber andererseits, warum habe ich das dann nicht bei den anderen, wo auch schon gelbe Markierungen sind? Oder... Ah, Moment, eventuell sind das die relevanten Sachen, um den Eintrag zu erhalten. Ja, ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Dann muss sich aber auch jedes Pokémon, also, oder gefühlt jedes Pokémon entwickelt haben. Kannst du mich aufklären? Denk daran, Professor Leven alles zu berichten, wenn du Pokédex-Aufgaben erfüllt hast. Man sieht sich... Also, nein. Okay, ähm, dann ist es vielleicht jetzt ganz sinnvoll, zum Professor zu gehen. Wir haben ja jetzt schon einige Aufgaben gelöst und ich fand, dass wir auch ganz erfolgreich waren. Ja, das mit dem Pichu ärgert mich, aber lässt sich nachholen. Ich würde jetzt ganz gerne verstehen, wie das mit den Einträgen an sich läuft. Und das wird mir wohl nur der Professor sagen können. Aber wisst ihr, was mich gerade traurig macht? An sich... Also, das Gameplay ist nichts Weltbewegendes, auch nichts Revolutionäres. Gibt's alles anderswo auch schon in ähnlicher Form. Aber... Es macht schon irgendwo Spaß. Mal gucken, wie die Langzeit-Motivation ist, das weiß ich jetzt nicht. Aber, Digga. Wenn das Spiel wenigstens schön wäre, dann könnte man es auch richtig fühlen. Klar, Grafik ist nicht alles. Aber gerade bei sowas, wo du in der Wildnis rumläufst und die Pokémon kennenlernst zum allerersten Mal, wäre das halt schon wichtig gewesen, dass es zumindest einigermaßen okay aussieht. Aber das hier ist das hässlichste Spiel, was es jemals gab. Oh, Schock. Oh, das ist doch eine Handwerkskiste. Hat der Lumius alles darüber erzählt? Gute Arbeit. Dann erkläre ich dir mal, was es mit den Forschungsberichten auf sich hat. Kurz gesagt, wenn du mir Berichte erstattest, kannst du Belohnungen erhalten. Durch Forschungsberichte kannst du abhängig von dem Level und der Anzahl der gefangenen Pokémon Geld verdienen. Ah, jetzt kommen wir ins Gespräch. Wenn du bestimmte Bedingungen erfüllst, zum Beispiel ein Pokémon zum ersten Mal fängst, bekommst du noch mehr Geld. Mehr Geld! Lass mich mal sehen, welche Pokédex-Aufgaben du erledigt hast. Wow, so viel habe ich gefangen, echt? Jetzt bin ich mal gespannt. Oh! Es war wohl auch notwendig, zehn Pokémon zu fangen, mindestens, oder? Weil da erledigt steht. War wohl so eine Main-Quest. Hm, faszinierend. Ich werde den Pokédex mit diesen Informationen aktualisieren. Wenn du Pokédex-Aufgaben erfüllst und Forschungsberichte abgibst, steigt der Forschungslevel einer Pokémon-Art. Auf Level 10 ist der Pokédex-Eintrag vervollständigt. Achso, aha! Und es erscheinen detaillierte Informationen zum Pokémon. Ähm, warte, aber wann steigt ein Level? Wenn ich Aufgaben erfülle. Ja, aber sind die nur erfüllt, wenn ich so ein gelbes Abzeichen bekomme? Ja, ich glaube schon, oder? Ich schaue gleich nochmal. Durch das Erfüllen von Aufgaben und Vervollständigen von Einträgen steigen deine in der Pokédex-Übersicht angezeigten Forschungspunkte. Sobald deine bestimmte Punktzahl erreicht hast, kannst du deinen Mitgliedsrang erhöhen lassen. Ja, hier, das möchte ich sehen. Otero ist nur Forschungslevel 8. 6, 8, 10. Gucken wir da mal rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne, irgendwie hat es nichts mit den gelben Icons zu tun. Ich verstehe es nicht ganz. Vielleicht werden aber einfach die Aufgaben, die diese doppelten Pfeiler links haben, doppelt gewichtet. Das kann ja sein. Halten wir es kurz. Wir fangen einfach Pokémon, besiegen sie und fangen sie ohne entdeckt zu werden. Dann kriegen wir die Einträge schon früher oder später. Jo, ich habe einfach viel mehr Punkte geholt als notwendig. Du hast fleißig Pokédex-Aufgaben erfüllt. Mit Sicherheit kannst du nur in den Mitgliedsrang aufsteigen. Wonderful! Lass uns nach Jubeldorf zurückkehren und Kommandantin Celestis Bericht erstatten. Du hast deinen ersten Stern redlich verdient. Sehe ich auch so, Mann. Hast du einen Wumpel für mich? Mehr als genug. Sorgenhaft. Du hast mir tatsächlich eines gebracht. Du machst deinem Ruf wirklich alle Ehre. Gut. Dann will ich meinem Wumpel gleich mal einen Spitznamen geben. Ich habe gehört, es wird sich später zu einem Pokémon namens Papinella entwickeln. Deshalb soll sein Name dazu passen. Hm, echt schwierig. Wie wäre es mit Papinessa oder Papitrich? Ne, lieber doch Papilian? Alter. Ja, Papinessa am ehligsten. Ja, du hast recht. Papinessa passt wirklich am besten. Hört's nur ab. Mein Papinessa wird sich zu einem herrlichen Papinella entwickeln. Ja, sicher doch. Also ich würde jetzt schon gerne noch die Stara-Lily-Quest abschließen. Dafür brauchen wir halt den Pokédex-Eintrag. Weiß aber nicht genau, woran es liegt. Einfach noch ein paar mehr besiegen und fangen, hä? Und das kann ich jetzt auch nicht sein lassen. Pichu. Es ist wieder da. Und diesmal soll es mein sein. Wunderbar. Come on. Einfach gleich vier Quests auf einmal abgeschlossen. Gehen geblieben. Auch noch einen von euch. Bonus-Punkte. Und ein bisschen Cash. Stara-Lily vervollständigt. So soll es sein. Hey, Mari. Ich hab alles gemacht, was du wolltest. Du hast den Pokédex-Eintrag von Stara-Lily also tatsächlich vervollständigt? Dann muss ich ihn mir gleich mal durchlesen. Hm. Männliche und weibliche Stara-Lily sehen also leicht unterschiedlich aus. Darf ich mal sehen? Oh, das Muster auf der Stirn ist je nach Geschlecht unterschiedlich groß. Das ist mir noch nie aufgefallen. Da siehste mal. Danke, dass du mir den Eintrag gezeigt hast. Jetzt weiß ich schon viel mehr über Stara-Lily. Vielleicht traue ich mich jetzt sogar mal, eines anzufassen. Bitte tu mir den Gefallen und fang ein Stara-Lily für mich. Es gibt auf der ganzen Welt nämlich kein niedlicheres Pokémon als Stara-Lily. Ja, äh. Hab ich mehr als genug davon? Aber... Meinst du nicht, dass du es erst mal fragen solltest, ob es überhaupt angefasst werden möchte? Das hat mich bei der Quest mit dem Schein-Lux schon gestört. Der drollige Zwirbel an seinem Kopf und dazu diese Kulleraugen. Ach, es ist einfach zu süß. Alles daneben ist so liebenswert. Hallo, Stara-Lily. Ja, dann streicheln wir wenigstens, ne? Anfassen klingt so grob. Nein! Nein! Ich betrachte es doch lieber aus sicherer Distanz. Schließlich könnte es jederzeit eine Attacke einsetzen. Nur Leute aus dem Forschungstrupp oder dem Sicherheitstrupp sind mutig genug, sich so nah an die Pokémon heranzuwagen. Aber danke, dass du mir diese süße Stara-Lily gezeigt hast. Ich kenne Leute, die schon beim Anblick eines Pokémon die Flucht ergreifen. Wenn ihr euren Pokédex vervollständigt habt und wir mehr über Pokémon wissen, brauchen wir vielleicht keine Angst mehr vor ihm zu haben. Joa, hoffen wir das, ne? Danke für die 10 Pokébälle. Damit hätten wir ja eigentlich auch 10 Stara-Lily selbst fangen können. Aber ich verstehe, dass du Angst hast. Deshalb bin ich ja hier. Um euch alles mögliche beizubringen. Und jetzt möchte ich erstmal meinen Rang erhöhen. Lass mich deinen Pokédex sehen. Hier, guck. Alles tiptop. Ich erkenne deinen Fortschritt an. Damit hast du dir einen neuen Mitgliedsrang erarbeitet. Du bist nun offiziell ein Ein-Stern-Mitglied der Galaktik-Expedition. Wie als wenn ich jetzt einen Orden erhalten hätte. Cool. Du kannst nun Schwerbälle einsetzen. Was sind Schwerbälle? Ab sofort werden dir Pokémon bis Level 20 im Kampf gehorchen. Zudem fällt die Belohnung für deine Forschungsberichte nun größer aus. Ui. Das hier sollst du auch noch bekommen. Diese Anleitungen werden dir sicher von Nutzen sein. Anleitung für Schwerbälle. Okay. Und für Beleber. Dass du als völlig Fremde in dieser Region überleben kannst, ist wohl deiner Begabung und deinem Fleiß zuzuschreiben. Die meisten Leute wollen auf den ersten Blick verstehen, wenn sie vor sich haben. Momentan bist du jemand verdächtiges, der vom Himmel gefallen ist. Doch ein höherer Mitgliedsrang könnte dir mehr Akzeptanz verschaffen. Wenn du länger bei uns bleiben willst, solltest du also deinen Mitgliedsrang weiter erhöhen. Der Respekt der anderen ist natürlich nicht der einzige Vorteil, den du dadurch erhältst. Je höher dein Rang ist, desto mehr Arten von Pokéballen stehen dir zur Verfügung und desto größer fallen deine Belohnungen aus. Klingt gut. Das war alles für heute. Du kannst im Speisedokal heiße Kost etwas essen und dich dann ausruhen. Das war alles für heute.